Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Soeben habe ich das Dorf Gurschemo verlassen. Ich befinde mich hier in einem sehr schönen Tal. Es wird von der Schüsse durchflossen. Und weiter vorne komme ich dann in die Taubenlochschlucht. Eine ganz schöne Wanderung wird das heute. Da bin ich davon überzeugt. Hier der Jura. Die Wanderstrecke ist, glaube ich, nicht ganz 21 Kilometer lang. Sollte eigentlich nicht so ein anstrengender Tag werden. Gut, dann wünsche ich viel Vergnügen. Da einen Blick Tal aufwärts. Die Windräder vom Mont Soleil. Und so geht es jetzt Richtung Taubenlochschlucht. Jetzt kommt da noch gerade ein Zug. Da habe ich ja wieder Glück gehabt. Da ist eine kleine Eisenbahnbrücke. Und da hinten die Schüsse. Und da habe ich auch eine kleine Brücke. Doch da ziemlich viel Wasser. Und mein Weg geht jetzt hier weiter. Ganz ein schöner Wanderweg. Ich muss euch doch sagen, warum, dass ich gerade jetzt diese Wanderung mache. Eigentlich wäre sie wahrscheinlich erst im Winter dran gekommen. Aber im Winter ist vorne die Taubenlochschlucht oft geschlossen. Und so habe ich jetzt diese Wanderung vorgezogen. Da hinten trennt sich die Bahnlinie. Die auf der rechten Seite. Die auf der rechten Seite geht nach Moutier. Und die auf der linken Seite nach La Chottefaux. Die nach Moutier geht dann hier vorne durch. Hier oben da ist die Bahnlinie. Und geht dann durch dieses Tal. Und man da vorne sieht auf der linken Seite hoch. Und auf der anderen Seite entspringt die Birs. Das ist auch ein Bach, der kurz vor Basel in den Rhein fliesst. Hier kommt doch ziemlich Wasser aus dem Boden. Man sieht gut, dass es sehr viel geregnet hat in dieser Zeit. Da habe ich wirklich auch wieder, wie schon auf der letzten Wanderung, ein kleines Gästchen, das hier durch den Wanderweg fliesst. Und dann hier ins Feld raus. Da kommt schon wieder ein Zug. Da ist jetzt von da drüben runter gekommen. Und da vorne ist der Bahnhof. Übrigens hier befinde ich mich auf einem bekannten Weg, auf dem Täuferweg. Das waren Verfolgte, die hauptsächlich aus dem Emmental hierher kamen. Und hier quasi Zuflucht suchten. So eine religiöse Gemeinschaft. Und an dieser Stelle zeigt jetzt der Täuferweg ab. Dafür komme ich in die Via Jura. Oder auch der Jakobsweg führt hier von Basel her kommend durch. Ich bin jetzt also von hier an auf dem Jakobsweg. Das ist auch ziemlich ein imposantes Tal. Man sieht auch dort noch gut die Wandstrecke, wo sie hochfährt. Und hier, in meinem Wanderweg, kommt jetzt an da vorne, die erste Engstelle. Aber die Schlucht, die ist dann noch weiter vorne. Jetzt habe ich einen ganz schönen Grasweg. Und man sieht hier vorne, wie es enger wird. Das ist also die erste Stelle, wo sich die Schüsse einen Durchbruch graben mussten. Und da bei uns der Jura. Ein wirklich romantischer Teil hier. Dabei befinde ich mich gar nicht so weit vom Dorf entfernt. Oh, ist das schön hier. Da wird die Schüsse gestaut. Oben verläuft noch die Strasse. Und die Bahn ist hier in einem Tunnel. Da muss auch Wasser runtergekommen sein. Schaut das euch an da, wie das schön ist. Und hier kommt noch Wasser runter. Ein bisschen morastig. Aber so schön, da hier durch zu gehen, zu wandern. Das ist schon wieder eine Treppe. Und hier verschwindet das Wasser im Hügel. Was da ausgeschwemmt hat. Wie sich hier schon der Bach ein Tal gegraben hat. Und da kommt dann das Wasser runter. Und fliesst hier als deutlich kleinerer Bach weiter. Aber man sieht hier unten in diesem Gebiet. Da war das Wasser auch schon mal vor kurzem. Und war dort Holz zusammengeschwemmt. Und jetzt ist das nicht schön. Das ist ein riesiger Flug. Wenn ich mich ein bisschen umdrehe. Und hier kommt die Autobahn zum Vorschein. Das ist die Autobahn von Ville nach Moutier. Da noch einen Blick auf die Autobahn. Und jetzt geht der Wanderweg hier zu diesem Bauernhof hoch. Da ist das Tal breiter geworden wieder. Das heisst Richtung Biel. Und da geht es auch noch hoch. Aber ich kann da vorne dann links abbiegen. Ein ganz schöner Waldwanderweg. Da immer noch ein bisschen drauf. Aber nicht so schlimm. So. Jetzt kann ich das, was ich hier alles hoch gestiegen bin, wieder da runter. Nach Biel noch 2 Stunden 50. Und da befinde ich mich auf 730 Meter über Meer. Und auch auf dem Schassrallhoch könnte ich von hier. Sogar 2 Wege. Aber das mache ich jetzt nicht. So. Jetzt geht mein Wanderweg hier runter. Das ist ein ganz schöner Wanderweg. Es ist nicht schlimm, da runter zu gehen. Aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Das kann doch auch noch platte Stellen haben. Aber sonst kann ich mich jetzt nicht beklagen. Eine ganz tolle Wanderung bis jetzt. Ich habe wieder ein Dorf erreicht. Im vierten Schuss. So wie es aussieht, ist da das Wasser schon wieder drin. Das wir weiter organisieren haben, wo das Wasser abgezweigt wurde. Von dort hinten bin ich jetzt gekommen. Und das da muss ein altes Schulhaus sein. Noch mit einem kleinen Turm. Das hat es früher noch aufgegeben. So. Jetzt geht mein Wanderweg hier weiter. Das da sind glaube ich Nachtkerzen. Kaum war ich im Tal unten. Geht schon wieder hoch. Oh, sieht auch schön aus da. Und dann noch ziemlich steil. Hier hat es noch eine ganz schöne Brätchenstelle. So, ein bisschen oberhalb. Leider halt auch wieder in einem Wald. So, dass ich nicht gut ins Tal runter sehe. Dieser Bach muss ab und zu auch ziemlich viel Geschiebe mitbringen. Sonst würde da hier nicht so ein grosser Schiebesammler stehen. Da sieht man jetzt wieder schön ins Tal runter. Und hier vorne ist die zweite enge Stelle. Das ist ein Blick. Das ist ein Blick. Tal aufwärts. Und hier. Tal aufwärts. Da vorne in diesem Durchgang, in dem engen Durchgang da, ist noch eine grosse Zementfabrik. Dort geht der Wandelweg mitten dem Gelände von dieser Fabrik durch. Hier sieht man jetzt gut, wie eng das ist da vorne. Dieser Durchbruch. Und da komme ich jetzt noch durch. Ein schönes Dorf. Und hier. Und hier. Und hier auf die Bank. Da sprungen. Ein Restaurant. Und so habe ich geschlossen. Und hier noch schöne Häuser. Jetzt habe ich wieder einen schönen Waldweg. Und hier vorne geht es dann nochmal bergauf. Und oben treffe ich dann noch auf was Schönes. Aber das zeige ich euch dann oben erst. Da auch noch Felsen drin. Ziemlich eine felsige Gegend da. So. Jetzt geht es eine kurze Treppe hoch. Es sind aber ziemlich grosse Tritte, die ich hier machen muss. Und es ist da oben eine Ruine. Das war noch eine ziemlich grosse Burg. Aber es hat fast keine Überreste mehr. Das da hier ist noch der grösste Teil davon. Es ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Aber sehr gute Lage. Strategische Lage da oben. So. Jetzt geht es hier auf diesem Weg weiter. Einen herrlichen Ausblick von oben. Da sieht man ein Teil von der Autobahn. Die talwärts führende Strecke ist da im Berg. Und wenn ich mich umdrehe. Kommt auch ganz was Schönes zum Vorschein. Eine Kapelle. Schauen wir mal, ob die Kapelle offen hat. Schade. Die Tür ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Na jetzt. Dann gehe ich halt jetzt weiter. Hier. Durch den zweiten engen Durchschnitt. Jetzt geht mein Wanderweg. Hier. Runter. Dort oben ist die Kapelle. Hier der Bahnhof. Und hier die Autobahn. Und unten. Oh Gott. Noch ein Zug. Schön. Und da vorne ist die grosse Fabrik. Wo wir jetzt dann durchwandern. Da hier geht mein Weg. Voll. Durch das Fabrikgelände. Durch. Das ist eine Zementfabrik. Es hat. In diesen Seitentälen. Da im Jura. Viele solche Fabriken. Zum Beispiel. Die Von Droll. Eine Eisengiesserei. Die ist auch so gebaut. Wie hier. Auch so in einem Tal. Eine riesige Fabrik. Da hier. Diese Anlagen sind da wirklich zwischen die Felsen gebaut worden. Da voll in das Tal hinein. Ja. Das ist riesig. Da oben. Beschwindet. Zuerst die Strasse. Und dann ein bisschen weiter unten. Auch die Bahn. In einem Tunnel. Oben ist übrigens die Autobahn. Und da kommt schon wieder ein Zug. Der fährt nach Piel. Und hier. Befinde ich mich sicher. Auf der alten Strasse. Nochmal zurück. Übrigens hier irgendwo hinter diesem Jura Rücken. Hat es noch eine Grube. Und da ist ein Tunnel. Durch den Felsen durchgebaut worden. Zu dieser Fabrik da hinten. Jetzt geht es hier den Trampelpfad hoch. Das ist ein Singletrail. Schön. Oberhalb von der talführenden Autobahn. Also die Richtung Biel. Momentan brennt die Sonne ziemlich runter. Aber wenn ich nicht mehr Steigung habe. Ist es nicht so schlimm. Das jetzt die Talseitenführende Autobahn. Nein. Hier ein Blick Tal aufwärts. Und da drüben die mächtigen Felsen. Und hier. Ist die Autobahn. Die Richtung Biel führt. Da sind die. Beide Fahrbahnen immer noch getrennt. Schöner Wald. Leider von der Autobahn her. Noch ein bisschen laut. Aber jetzt. Ist uns sehr schön. Überhaupt die heutige Wanderung. Hat mir bis hierher. Sehr gut gefallen. Und das grosse Highlight. Kommt ja jetzt dann weiter unten noch. Doch die Schüsse. Schon ziemlich Wasser. Und hier ist noch ein Kraftwerk. Es muss noch ein neueres sein. Und da kommt auch ziemlich viel Wasser raus. Hier wieder eine ganz schöne Stelle. Die Wanderer. Die Wanderer. Die weiter unten. In die Taubenlochschlucht einsteigen. Die sehen das da hier leider nicht. Jetzt. Da wirklich wieder ganz eng. Und sehr interessant. Die Schüsse führt heute sehr viel Wasser. wieder. Wir hatten auch in letzter Zeit immer sehr viel Regen. hier. Da vorne. Wird wieder das Wasser gestaut. gut. Und ich vermute, dass hier wieder irgendein Kanal ist. wo dann das Wasser durch fliesst. Wo dann das Wasser durch fliesst. geht. Dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.